hallo und willkommen wieder zu diesem neuen ich kann es kaum batterie video von mir und jetzt gibt es wieder eine krasse pyramide batterie riesige dazu und noch nur 30 mm kaliber und 50 meter hoch und hier die effekt ladung jetzt schon direkt da dass es knapp 500 gramm wirklich sind und dann jawohl und richtig heftig wie die wieder aussieht richtiger klotz ich weiß schon dass die krass sind und ja dann viel spaß damit ja hier geht es bei immer noch ab kurz nachmitternacht immer noch ja ja Das war's. Oh, geile Kometen, ey. Und jetzt bin ich wieder an der Reihe, denke ich mir mal. Ach komm, das wollen wir uns mal rein. Jetzt die Elektron, die Elektron hatte ich auch noch nicht, auch in der 30er. Und jetzt bin ich wieder an der Reihe. Boah, ist die schön. Alter, Leute, ist die schön. Elektron kann man auch nur empfehlen. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.